Echt? Ist der nicht verreckt? Nein, der überlebt. Ich bin auch darunter überlebt, relativ knapp, aber überlebt. Hast du grad auch ne Nachricht bei Skype bekommen? Ne. Ups. Uuuuh. Schorn die. Alter. Jaaaa! Hört sich verarschen! Ja. Ich habe nur ein paar Autos. Ich habe sie! Uuuuh. Pum. Ha! You're a fucking asshole! Okay, I deserve that. Stimmt. Ha 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 ha. Ich will jetzt mein sexieres Autos haben. Ha 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 ha. Er lebt natürlich noch. Gentlemen. Negotiations waren... Less than successful. Viola und Kiki werden die Worte spüren. Steel Port belongs to the Syndicate... ...and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane. Puh. Alter, mitten auf der Straße? Hm? Mr. Miller. Hast du das mitbekommen? Nee. Die Frau, die den Typen mitten auf der Straße eingeblasen hat? Nee. Bitch, yeah. Fortfahren. Begleiter freigeschaltet. Yeah. Was ist freigeschaltet? Ein Begleiter! Is. Hm. Sorry. Du kannst doch die ganze Zeit enter drücken, dann geht er schneller. Ich weiß. Acht. I know! I knoow it! I knoow it! Planet Saints, Uuuuuh... Warum hast du mich gehauen? So, jetzt guck ich mir mal deine Fresse an. Bleib doch mal stehen! Philipp, warte doch mal, ich will dich mal angucken. Lorenz wird das bezahlen. Wir brauchen ein Auto. Sean, hast du eine Idee, wo wir sind? Stilport. Es ist ein bisschen wie Bangkoks. Habt ihr vorhin? Das ist gut. Was für die Scheibe bedeutet? Du fährst, aber es kann ja nichts werden. Du weißt, wo wir gehen? Schau, ich war wirklich hoch, das letzte Mal, als ich hier war. Nur fahren, es wird zurück zu mir. Also, um eine Schraube zu bekommen. Warum schaust du dir auf deinem Telefon auf? Es hat GPS, oder? Schau dir das. Wir sollten Piers know, was ist los. Ich trage dich, und die schrauben ihn vor. Ich trage dich nach vorne. Und die Idee ist, dass die Leute nicht auf der Schraube haben wollen. Sie haben alle hier? Hör auf. Du kannst dich zu sagen! Wir brauchen Schäfer, die wir brauchen Schäfer. Wir brauchen Schäfer. Ich weiß, ich finde, ob wir schauen, ob das von Schäfer hier drin ist. Ich brauche noch kein Geld. Ich brauche noch kein Geld. Okay, wir müssen zum Waffenladen. Wo ist denn der Waffenladen? Geh mal hier rein. Ist der Platz groß und hoch für die Crew? Ich habe es bereits geöffnet, um die Jungs zu piercen. Das ist nicht wirklich die Frage. Ich weiß. Die Celebrity der 3. Strecke wurde zu einem violenten und destruktiven Tests in Stilwater. Patrons der localen Jungs wurden verabschiedet, um die internationale Gruppe zu verabschieden. Wie vieles Erinnerung wurde mit Panik, als die Schmerzen ausgerufen und Blut begann zu decken. Warte mal. Während der insuling-Fight-Fight, der Bains-Dolk war in den Weg nicht markiert. Jetzt erst mal eine schöne Drehung. Ich habe mich auch markiert, aber nicht auf... Hä? Wie kann ich den denn auf der Map da markieren? Die DPS in dem Recht liegt auf. Diese Woche, auf Nightblade, Michael, was ist das denn? So. Verdammt, Nightblade, sie ist tot. Du bist... Das warst du gar nicht. Ich bin auf dem Weg. Du bist total schade, Mann. Du bist total kassierig, Mann. Wenn du in Mr. X Club bist, du bist tot. Ups. Shit. Beinahe ich jetzt das beste Auto wieder. Ich habe das beste. Ich habe das beste. das wo ich es nicht gut so wird vorbeigefangen weisern bei jährlich Ich fahr natürlich erstmal überall gegen, wo man dagegen fahren kann. Das ist, wo ich meine erste ... ähm, auf der zweiten Idee dachte ich, das ist ein bisschen persönlicher. Hier ist das Geld, ich habe. Ja, Mann! Waffen kaufen. Jetzt haben wir Munitionen, aaah. Ach, wir haben welche? Oh, wir haben zwei Waffen, okay. Ah ja, ich will die machen. Du hast nicht genug Geld, scheiße, Mann! Ah, wir auch nicht. Ja, ich habe mir Pistolen-Munition gekauft. 250 Schuss mit der Pistole ist in Ordnung. Wo ist das Armour? Nicht weit, das ist auf dem GPS. Ah, der Bullereiwagen ist immer noch da. Ah, da passen aber, wie gesagt, zwei rein. Das hast du noch nie gesagt, aber da passen hinten, passen auch welche rein. Sein-Steel-Bohrgermutter. Wir sind mit dem GPS. Ah, ich bin mehr vieles. Ich habe das für die Autorhabene, weil ich so was hab. Das ist ein bisschen gar nicht drauf, das ist ein bisschen ... er will die der Wunscher alter verfolgt sich die Polizei nicht er wird ein Auto getrunken Probeut Arme sind er mit der Posten hier jetzt hatte man wir haben Probleme mit uns ich bin auf dem Weg scheiße jetzt weiß ich nicht wie ich da hinkommen soll jetzt ist der Weg versperrt wenn du schon vorgefahren bist könnte man sagen hier noch hier sind der Eingang eine die wirklich hart über den Profil im Vergleich zu den anderen um ich weiß nicht von allein jetzt ist es ab hier die Idee muss den Händels geben dass sie nicht mehr die die können nichts gegen mich machen du weißt schon dass sie das überleben deswegen die hat die stehren auf hier ja das hast du in einem die impie gar nichts ist da ich würde sich töten um ja bei am mann warum nicht irgendwie aufnehmen Hier sind die Weapons-Cache und die sehen wie UAV-Dronenkontrollen hier. Sie sehen wie UAV-Dronenkontrollen. Wer sagt das? Okay, ist das wirklich die Zeit? Ich hab's gesagt. Ich hab's auch keine Musik. Es ist nervvoll. Jodel. Irgendwie kann man dann die Waffen aufnehmen, oder? Ich guck mal schnell. Option, Steuerung. Bestimmt eh gedrückt hat. Stimmt, das kann schon sein. Ach egal. Wir jetzt einfach aus. Da steht ja auch meistens. Nee, ist nicht ohne. Ja, eben, deswegen ja. Na geil, die nimmst du einfach so auf. Oh ja, stimmt. Das gehört, ich brauche ein bisschen in der Rückendeckung. Mit er nimmt man den Kammer. Du denkst? Pierce, woher bist du? Du kennst mich. Alter. Wow, das war aber knapp. Ja? Ja. Ja. Haha. Oh. Diep. 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 Ja. Was wollen wir schießen? Ähm. Geil. Ja. Hör, was mache ich denn? Ich flieg gerade so. Oh ja, in휴... Nein, vor der Lenkrakete bin ich stehen geblieben, äh vor dem Panzer. So, ich hab den Panzer. Da sind unten direkt Panzer vorn. Und den nächsten Panzer habe ich jetzt. Ah fuck. Ich mach den dicken Panzer um. Ja. Ich hab jetzt schon zweiter Panzer. Keine Ahnung. Da ist ein Decker. Oh man, Fick Arsch. Ja alter, ich mach die ganze Zeit hier volle Power. Ich auch. Ich treff sie erstmal fett mit der Lenkrakete und dann brauch ich noch einen Schuss und dann so die Daun. Dafür beläht die ganze Zeit den Panzer, du. Was denn, du bist auch noch da? Ich hab alle großen Panzer getötet. Jetzt zum gar nicht mal. Natürlich. Ich hab's in der Aufnahme. Da war noch vielleicht andere. Nein. Ist ja auch groß. Nein. Ist ja auch groß. Boah. hier, lass uns zurück. Ich bin auf. Ich hab's in der Aufnahme. Ich hab's in der Aufnahme. Ich hab's in der Aufnahme. nicht. Ich hab's in der Aufnahme. Ich hab's in der Aufnahme. Ich hab's in der Aufnahme. Ja, man merkt wie schnell es weg geht. Das ist was ich noch einsame kann. Lass auf den unteren zuerst, also ich kann ihn nicht mehr.